Hey Kitt, jetzt stell dir vor, wir haben einen Preis gewonnen vom HDAC Automobil Club. Äh, Preis vom HDAC Automobil Club, weil ich möchte. Yo, Auto des Jahres 2014. Ja, da ist aber drauf geschissen, oder? Naja, eigentlich schon, aber jetzt trinken wir halt einmal. Prost. Pröstler, ihr Zipfel. Ich hab mir halt auch schon überlegt, was wir machen könnten. Oh ja, hopp, fahren wir ein wenig in den Puff, hä? Oh Gott. Nein, doch nicht in den Puff, wir fahren in den Playmobil Funpark. Was wollen wir noch in den Playmobil Funpark, du Zipfel? Gerne. Da schauen wir uns doch einmal die Ritterburg an. Ritterburg anschauen? Sag einmal, bist du jetzt ganz blöd geworden, oder was? Hm, der ist schön. Glaubst du mir, der gefällt dir? Prämobil Funpark, Ritterburg. Der kann mich jetzt ein wenig am Arsch legen. Ich fahre jetzt in den Puff und lange mal kräftig in den Köln schmieren. Prämobil Funpark, pff, da ist ich.